Aber ich muss jetzt gehen. Tschüss! Hörst du mir überhaupt zu? Ach, egal. Croissant für 20 Euro. Hier hast du 20 Euro. So ein Teuber, die sind die Croissants heute. Ein Fisch hat angebissen. Jetzt einkaufen. Ich streiche lieber das Einkaufen und nehme die Diamanten auf dem Dach. Jetzt ist das kleiner und schwer. Und hopp! Zum Glück habe ich die Diamanten. Hier ist ein Diamant, hier ist ein Diamant, hier ist ein Diamant. Hier sind 20 Euro, hier sind 20 Euro, hier sind 20 Euro. Geld anwerfen, Geld anwerfen, Geld anwerfen und Hunderte haben. Hier, ich will diesen Riesenschlitten kaufen. Ich kann mich immer zusammensetzen. misma. Oah, schön in Saugen. Aua! Diese Autos sollen heute tauchen nichts mehr nach. Die Strömung wird lang, weil sie stärken. Und die Stärke. Es ist ja richtig ... Aaaaaaah! Daaaahhh! Baaah! Aaaah! Uuuuhh! Oh Gott!